was geht ab was geht down leute ja herzlich willkommen neueste turnier evolution video und klärt titan hand oder titan hand oder wie auch immer ihr sie schimpfen wollt ich sag titan hand ist raus ich habe 160 tickets wir werden 160 tickets reingehen all in und ja hoffen dass wir was kriegen ich habe aber auch noch relativ punkte hier vom shop dann werde ich dann auch noch die ein oder andere kopie mitnehmen und dann werde ich sie gleich mal auch testen wenn ich sie im model ex 30 gemacht habe und ja gehen rein und hoffen dass ein paar gute puls haben ersten zehn waren schon mal nicht so wunderbar eine surriere noch eine surriere andere kana schmeckt das lecker ja jetzt kommt die garantierte und schmacko lakko macko und surriere das sieht ganz schlecht aus ja auch mein glück tut weh keine extra auf 160 holy shit ganz schöne ganz schöne ganz schöne abzocke hier auf jeden fall also kein extra auf 160 das schmeckt auf jeden fall 0,0 sag ich mal wie es ist ja da müssen wir jetzt hier reingehen ins exchange denken und sechs stück kaufen nutzt ja nix und ja da die wollen wir sie mal das ist ja jetzt richtig perverse frech gewesen also keine extra auf 160 ist schon das ist echt bitter ja da muss ich schon sagen das schmeckt mir nicht ich werde euch auf jeden fall noch ein video machen wo ich sie teste explizit auch vor allen dem pvp mäßig da könnt ihr auf jeden fall schon mal ein abo da lassen und damit ihr das nicht verpasst ich glaube wir müssen auf jeden fall auch noch ein gene hybrid nutzen wenn ich das richtig sehe ja wir haben so viel pech gehabt holy shit ja so eine kiste ist das wollen wir mal den anderen rotz hier kurz weg werde ich sie mal hyper gewolven erstmal hier den pokédex voll machen wenn dein intro nicht sehen du bist mir unsympathisch schon weil du einfach nur eine copy gibst unsympathisch ey die dame so hyper evolution ist raus machen jetzt nochmal direkt 120 exklusiv 30 auch direkt machen was hier system error drehen wir nicht durch system error zack 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 so haben wir das schon mal ex 30 gemacht gucken wir mal talente das wir alle aktivieren und dann werde ich sie gleich mal in ruhe gehen und dann werde ich euch noch ein video machen wo ich sie teste so 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 lyrian weg mit dir haben wir das erst mal dann sag ich schon mal ja leute ich hoffe ihr hattet mehr glück beim pullen wo meine kurse war ja unter aller so er hat wieder auf jeden fall gelohnt sich ich hoffe ihr habt euch hat das video trotzdem gefallen auch wenn ich pech hatte lasst gerne daumen nach oben da haut ein abo raus und verpasst keins der weiteren eternal evolution videos peace